... und Wochen für Red Bull Salzburg werden, wenn wir auch an die Youth League denken. An die jungen Bullen. Und vielleicht jetzt was zu tun bekommen wird, weil Aronsen und die Salzburger mit Schwung... ... wieder Salzburg, Aronsen, ja da war Adeyemi... ... und Oka ist davor, Sidi Aronsen, Adeyemi kommt mit, Aronsen sieht das, Adeyemi macht's nicht... ... auf Kamera, der in Abschlussposition, nochmal verzögert, wieder Aronsen... ... Rasmus Christensen kommt angerauscht, noch... ... in der zweiten Minute, mit dem 1-0, Aronsen... ... Aronsen und Salzburg, sie machen weiter, Tempo Aronsen, PINZ... ... und wieder Salzburg, wieder Aronsen, Sulcic ist völlig frei... ... wir haben übrigens einen spannenden Halbzeitgast für Sie... ... wenn der Aronsen nochmal Tempo macht... ... da zähle ich Ihnen gleich, denn es gibt noch... ... dort schmeiß ich mich hin, also aus Aronsens Sicht... ... mal schauen, was der Salzburger macht... ... er schießt auch in die Rechte... ... ohne viel Gegenwehr, ohne Probleme... ... Solé, steckt nur auf Aronsen... ... der Geisler auch noch ein paar Minuten... ... ich finde das hätte schon was... ... fast Fußballromantisches... ... das hätte sich auch verdient...